Ich entferne diese ewigen Stufen. Stufe tiefer. Thomas, angenommen mal über Nacht klappt es unwahrscheinlich. Du wirst über Nacht ein Riesenstar. Alle wollen nur noch, Thomas, anders hören und sehen. Was würde dann mit deiner Schule jetzt sein? Jetzt genau aufpassen. Die Schule würde ich auf jeden Fall fertig machen, weil ich noch anderthalb Jahre vom Abitur stehe. Und jetzt die Schule abzubrechen, das wäre sehr, sehr dumm. Dann würde ich das ganz bestimmt später irgendwann mal bereuen. Denn man weiß ja nie, wie der Beruf, wie es weitergeht. Den ersten Schritt in Richtung Erfolg, den ersten wichtigen Schritt hast du schon hinter dir, du hast eine Schallplatte aufgenommen, aber im Fernsehen hat er sich noch nicht präsentiert, der Thomas Anders. Dieses Ereignis findet in genau 15 Sekunden statt. Er wird, wie alle, uns hinterbreten von den Bavarian Strings und dem Südwestfunk-Tanzorchester unter Leitung von Jürgen Franke begleitet. Thomas Anders. Toll. Toll. Du stehst im Gegend und spielst dir nicht und dein Haul. Du stehst im Gegend und fühlst dich so allein. Du stehst im Gegend und spielst dich so allein. Du stehst im Gegend und spielst dich so allein. Du stehst im Gegend und spielst dich so allein. Du stehst im Gegend und spielst dich so allein. Du stehst im Gegend und spielst dich so allein. Du stehst im Gegend und spielst dich so allein. Und wenn wir alle hören, wird irgendwann vergehen. Du stehst im Gegend und spielst dich so allein. Du stehst im Gegend und spielst dich so allein. Du stehst im Gegend und spielst dich so allein. Du stehst im Gegend und spielst dich so allein. Du stehst im Gegend und spielst dich so allein.